Ich gehe jeden Tag zur Uni, außer montags und freitags. Scheiß Anwesenheitspflicht. Manchmal gehe ich aber auch gerne hin. Denn die Uni ist einfach ein Ort zum Wohlfühlen. Unsere Uni ist eine Uni für alle, auch für Frauen. An der Uni kannst du so sein, wie du bist. Kein Verstellen, kein Benehmen. In so einer Atmosphäre macht Studieren echt voll Bock. Sogar die Angestellten arbeiten hier gerne. Also, ich finde es immer wieder toll, was man so alles frittieren kann. Und forschungsmäßig ist hier auch alles Hupe, soweit ich das beurteilen kann. Die Profs, die sind echt wie du und ich. Nur Weltklasse. Und voll sympathisch. Naja, also die meisten. Hier gibt es so viele Studis, also so viele können nicht irren, oder? Ich bin stolz darauf, an einer solchen imposanten Einrichtung lehren zu dürfen. Deine Mutter ist eine imposante Einrichtung. Hier zu studieren, das macht echt voll Eindruck. Und wenn man von hier kommt, dann findet man das auch nur halb so schlimm. Das ist eine total weltoffene Stadt. Ob Neger, Eskimos, Chinesen oder Deutsche. Hier an unserer Universität, da studieren wir alle gemeinsam. Das ist ganz toll. Wir alle sind die Uni. Du bist die Uni. Wenn wir jetzt alle mit anpacken, dann wird's vielleicht halb so schlimm. Mach mit und unterstütze unser Projekt. Elite Now. Kompetenz durch Kompetenz. Elite Now. Die Uni. 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 Untertitelung des ZDF, 2020